Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einer erneuten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Allerdings, ihr seht es schon wieder bei Newcastle United, das heißt es geht weiter mit den McPais. Ich habe auf Facebook gefragt, Leute, was würdet ihr mal wieder richtig feiern? Und es kam tatsächlich die Karriere im Sportschau-Stil und naja, was soll ich sagen? Wenn ich die schon mache, dann auch mit Newcastle United und deswegen gibt es das Ganze jetzt wieder abwechselnd mit dem Hamburger Sportverein Karrieremodus. Das heißt, immer eine Episode von dem Karrieremodus hier und dann immer eine vom HSV-Karrieremodus. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn es euch gefällt, diese Episode hier vor allem, lasst einen Daumen nach oben, da wäre eine großartige Unterstützung. Und wir haben sehr, sehr viel gemacht in der letzten Episode, bevor wir quasi den Karrieremodus eigentlich abgebrochen hatten. Zum Glück habe ich ihn nicht gelöscht, sondern wir können direkt weitermachen. Und ich habe natürlich direkt mal alles angeguckt, was so da war und musste mir zuallererst mal den Kader angucken. Denn Leute, wir haben so viele Spieler und wir haben vor allem so viele Jugendspieler, von denen ich nie mal was wusste. Wir haben natürlich auch noch einen Reus geholt, ablösefrei. Wir haben immer noch einen Ibrahimovic. Wir haben, ganz ehrlich, Mournane, Nightingale, da habt ihr gerade schon diesen Dahlin gesehen, diesen Innenverteidiger. Wir haben so viele Jugendspieler und vor allem so viele extrem gute Jugendspieler. Wenn wir uns gerade die Jugendmannschaft angucken, das geht gar nicht klar. Und ich habe allerdings schon alles auf die Transferliste gesetzt gehabt, bevor ich den Karrieremodus quasi beendet habe. Beziehungsweise auch auf die Leihliste. Und ich hoffe mal, dass das einigermaßen okay wird dann. Romanoli setze ich auch nochmal auf die Leihliste. Und bei Rüdiger habe ich kurz überlegt, ob ich ihn runternehme. Aber ich lasse erstmal alles drauf im Idealfall. Denn, naja, vielleicht gibt es ja auch nur für den einen Angebot und für den anderen nicht. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall alles sehr, sehr krass. Und auch die Jugendmannschaft. Ich nehme da schon mal vorweg. Alter Schwede. Vielleicht hat das noch im Kopf. Aber das war wirklich sehr, sehr stark. Gut, in dieser Episode gibt es des Weiteren. Dann das Pokalspiel. Das Champion-Spiel-Finale gegen Manchester City. Wir haben ja die Liga gewonnen, die den Pokal. Und dementsprechend, ja, dürfen wir beide nochmal gegeneinander. Und wir brauchen einen Ersatztorwart. Denn Karl Dahlau möchte einmal weg. Und auf der anderen Seite reicht Begovic nicht für drei Wettbewerbe teilweise. Deswegen, naja, wir haben ja sowieso schon viele Deutsche. Und Zieler war da gerade in der Liste drin. Dachte ich mir, machen wir einfach mal für sieben Millionen. Mal sehen, was 96 dazu sagt. Ob wir ihn bekommen. Na, wir werden es am Ende dieser Episode noch sehen. Allgemein brauchen wir nicht so viel für Transfers machen. Wir haben nämlich einen sehr, sehr guten Kader. Und vor allem einen sehr, sehr breiten Kader. Das heißt, wir müssen uns eventuell eher darauf konzentrieren, dass wir hier, ja, im Winter wieder Spieler holen. Beziehungsweise ablösefrei auch Spieler holen, um Profit zu machen. Wir haben momentan 32 Millionen Transferbudget. Das ist einiges, aber nicht so krass viel. Sven Ulreich und Jose Maria Gimenez wären auch noch Optionen gewesen, die ich mir hätte kaufen können. Allerdings habe ich mir bei, ja, Gimenez gedacht, nee, für das Alter ist das zu schlecht. Und bei Ulreich hatte ich ja schon Ziele und wollte erst mal darauf warten, was da so kommt. Zumal Ulreich eher ein A-Torhüter ist als ein B-Torhüter wie Ron-Robert Zieler in diesem Fall. Jetzt, weil Begovic mit 86 halt eindeutig besser ist. So, 96 lehnt ab. Naja, wir haben 7 Millionen geboten. Er hat einen Marktfall von 7,5. Bieten wir doch einfach mal 9 Millionen. Vielleicht klappt es ja dann. Sie wollen mindestens 11, steht da zumindest, von unserem Manager. Aber gut, den Rest gucken wir uns ja auch nochmal an, was so passiert ist. Ich werde jetzt auch wie in einer anderen Karrieremodi die ganzen Nachrichten immer löschen. Beispielsweise der Spieler verkauft, der ist aktuell aus England. Die Pressekonferenz. Natürlich auch relativ wichtig. Wir wollen City verunsichern. Ob das wirklich was bringt, weiß ich gar nicht. Oder ob das nur einen Placebo-Effekt hat. Und wir machen es natürlich einfach trotzdem. Löschen dann hier noch die ganzen letzten Nachrichten, die wir so hatten. Und schauen uns die Jugendmannschaft an. Eieiei. Also ich muss hier ein paar Spieler rauswerfen, weil die halt einfach nicht das Potenzial haben. Aber wenn man sich das mal so anguckt. Beispielsweise der Orit Palason-Akbondlahor. Keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig lustig, dass sich teilweise die Spielernamen, die hier in FIFA sind, übernehmen. Beziehungsweise eigentlich immer, glaube ich. Das finde ich ganz lustig. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr geiles Nachwuchspotenzial. Mal sehen, wie das am Ende der Saison aussehen wird. Aber jetzt geht es erstmal um den Anfang der Saison. Um den ersten Titel, den wir eventuell gewinnen können. Und zwar gegen City. Zunächst mal kriegen wir noch einen Scout-Bericht, den wir hier mal uns kurz angucken. Da haben wir nicht wirklich was Interessantes dabei. Ali Amada. Ahamada. Gucke ich mir mal an, falls er Zieler nicht bekommen. Wäre das auch nochmal eine Option. Nottingham Forests, Leipzig und San Antonio Rüdiger aus. Und Genua will Ben Yedda haben. Und ich habe ja eigentlich gesagt, ich werde Ben Yedda niemals verkaufen. Hab da mal so spaßhalber 20 Millionen eingegeben, weil das ja normalerweise ein Betrag ist, den niemand dafür zahlen würde. Aber, naja, ähm, was soll ich sagen? Genua hat ihn bezahlt. Das kann ich schon mal von wegnehmen. Sie wollen ihn haben für 20 Millionen. Das heißt, wir brauchen einen neuen Ersatzstürmer. Wir haben den Romantano Ibrahimović und den guten Young dann noch. Und das reicht nicht so ganz für drei Wettbewerbe. Zwar haben wir noch unsere Nachwuchsstürmer. Aber, also vor allem auch natürlich auch Perez und Campbell. Aber vielleicht nochmal einen Top-Stürmer wäre gar nicht so schlecht. Auch wenn Ben Yedda natürlich vom Rating her kein Top-Stürmer war. Mal sehen, was wir für das Geld bekommen können. Schreibt mir in die Kommentare, wen ihr ja gerne sehen würdet bei uns, bei Newcastle United. Welcher Stürmer würde eurer Meinung nach zu den Magpies passen? Und wir machen hier gerade die Startaufstellung. Und nein, ich werde das nicht immer in diesem Screen vor dem Spiel machen. Denn dann seht ihr das nicht, weil ich ja immer den Cut mache, sobald ich auf Spiel spielen gehe und die Trikots auswähle. Und deswegen machen wir das immer hier. Ich mache das allgemein in allen Karrieremodi so. Von daher ist das nicht so wild, das hier nach jedem Spiel umzustellen. Ist mir vollkommen egal, ehrlich gesagt. Und unsere Startelf ist einigermaßen okay, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir rein. Der Community Shield zwischen dem Pokalsieger der vergangenen Saison, Manchester City und Newcastle United, dem Meister. Erstmal seit Ewigkeiten hatten die Magpies es geschafft, die Premier League zu gewinnen. Und im Wembley Stadium wollten sie den ersten Titel der neuen Saison natürlich holen. Das Heimrecht für dieses Spiel hatte Manchester City. Die Choreografie der Fans äußerst beeindruckend. Der goldene Adler wurde präsentiert. Und hier sehen wir den Titel, um den es heute geht, den Champions Shield. Das ist wirklich eine schöne Trophäe, die sich Marco Reus in den Schrank stellen wollte. Wir sehen hier neben Mario Götze die ehemaligen Dortmunder. Der eine jetzt bei City, der andere beim Premier League Sieger der vergangenen Saison bei Newcastle United. Kam ablösefrei von Borussia Dortmund. Schon im Winter wurde dieser Deal fix gemacht. Und wenn man sich die Aufstellung von Newcastle anguckt, mittlerweile sind die ein Spitzenteam. Ibrahimovic, Begovic und der Rest. City allerdings auch sehr stark. Aber Jero Sanja, Aihan, Mangala und Klishi in der Defensive davor. Dann auf der Doppel-Sechs Fernando und Jaya Touré. Sinclair auf links, Götze auf der 10, Milner rechts und vorne in der Schurmspitze Edinson Carvani. Das geht auf jeden Fall gut, klar. Allerdings, wie gesagt, auf die andere Seite sehr, sehr stark besetzt, die diese Trophäe hier gewinnen wollte. Im Tor, wie gesagt, Asmir Begovic, der Bosnia, Cemba, Sané, Laporte und Kurzawa in der Defensive. Die sechs bildeten dann Lennart, Adjeté, Zippel und Lars Stindl. Vorne Reus, Draxler, Bernhard Ibrahimovic. Das heißt, die komplette Mittelfeldabteilung. Das heißt, Sechser und Zentral-Offensiv-Mittelfeldspieler, alle deutsch und vorne dann der Franzose zusammen mit dem Schweden. Für Bernheda wurde ein Angebot abgegeben von Genua. Das könnte eventuell angenommen werden. Man weiß noch nicht, ob er nach diesem Spiel jemals wieder für Newcastle auflaufen wird. Wir werden mitbekommen, wie die Entscheidung fällt. Und wir gehen rein in die erste Szene dieser Partie, nachdem wir uns die beiden Kapitäne mal kurz angeschaut haben. Jaya Touré wollte seine Mannschaft hier nach vorne treiben. Allerdings, naja, in der Anfangsphase war erstmal Newcastle am Start über Bernheda. Ibrahimovic setzt sich da wunderbar durch und spielt jetzt den Pass nach außen auf Marco Reus. Und er ist ja bekannterweise sehr, sehr schnell in seinem ersten Einsatz hier gegen James Milner. Setzt sich da auch gut durch die Flanke in die Mitte. Ibrahimovic! Das wäre das 1 zu 0 gewesen. Und es muss normalerweise das 1 zu 0 sein. Denn dieser Kopfball von Ibrahimovic war so frei und war so gut und war so kraftvoll, dass eigentlich nur das Tor noch fehlte. Allerdings traf er dieses nicht. Auf der anderen Seite dann nach knapp 20 Minuten mal die erste Chance für City. Milner auf Fernando. Die weite Flanke nach außen auf Götze. Aber der Kopfball weit über das Tor von Begovic. Dementsprechend keine Gefahr für den Bosnia. Es ging weiter mit Newcastle. Es ging weiter nach knapp 27 Minuten über Draxler. Setzt sich hier wunderbar durch und spielt den langen Ball nach außen auf Marco Reus. Der setzt sich gegen Sinclair durch mit seinem Tempo. Wunderbare Ballannahme. Er ist im 16er. Alle gucken nur zu. Caballero auch 1 zu 0. 29. Minute. Marco Reus. Der Neuzugang in seinem ersten Spiel. Direkt mal mit einem wichtigen Treffer hier in diesem Pokalfinale. Und man muss ganz ehrlich sagen, klar, der ist schnell. Die Leute kommen da nicht hinterher. Aber was macht Caballero? Er guckt nur zu. Er will quasi dieses Tor. Denn er wirft sich aus dem Weg. Den kann er halten. Macht er nicht. 1 zu 0. Andere Seite. Touré auf Milner. Setzt sich durch über außen. Die Flanke in die Mitte. Kommt erstmal nicht. Kommt dann doch. Fernando legt ab auf Götze und Laporte mit dem Eigentor. Mario Götze nach nur 5 Minuten mit dem 1 zu 1. Allerdings wollte das Newcastle nicht auf sich sitzen lassen. Ben Yedda nach dem Anstoß. Früher war das die Spezialität von De Jong. Jetzt macht's mal Ben Yedda. Durch die ganze Verteidigung. Wissam Ben Yedda. Was ist los mit Caballero? Was ist los mit Caballero? 2 zu 1 für Newcastle United. Das war wirklich mal wieder Statistik pur. Denn da guckt er nur zu. Die Verteidigung kann nichts machen. Und es steht 2 zu 1. Auf der anderen Seite dann wieder der Angriff von Manchester City. Die wollten den Ausgleich. Und Fernando versucht mit dem Schuss aus der Distanz. Es ist Begovic dann da. Hält diesen Ball. Das war die letzte Szene der ersten Halbzeit. Es war eine sehr spannende erste Halbzeit. 1 zu 2 aus Sicht vom Heimteam. Von Manchester City. Die McPies und die Toons natürlich sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Allerdings konnte dann auch einiges mehr nach vorne gehen. Und wir werden mal schauen, was in der zweiten Halbzeit so passieren sollte. Es blieb auf jeden Fall spannend. Und es blieb sehr, sehr schön. Das Experiment Draxler auf der rechten zentralen offensiven Mittelfeldposition wurde dann beendet. Es kam für ihn Remi Caballero, einer der Topstars der vergangenen Saison. Allerdings war der erstmal gar nicht gefragt. Denn wir schauen einfach nur auf Ibrahimovic. In der ersten Halbzeit hat er die Riesenschauung vergeben. Und jetzt war Zeit zu zeigen, dass er der Boss ist. 1 zu 3. 47. Minute. Was für ein Tor von Zlatan Ibrahimovic. Das kann nur ein Zlatan in dieser Situation so machen. Es sind gerade mal 10 Sekunden gespielt, als er diesen Schuss lossetzt. Und zack, steht es 1 zu 3. Newcastle, also in Führung durch das Tor des Schweden. Dieser auf zwei Tore aufgebaut. Und was soll man sagen? Den kann Caballero diesmal nicht halten. Den will er wohl auch gar nicht halten. Denn dieses schöne Tor zu verhindern, wäre wohl fast schon eine Straftat. Ibrahimovic mit dem Klasse-Schuss, der Außenrisst und diese Flugkurve einfach nur wunderschön. Und der König ist dementsprechend wieder da. Und ja, Manchester City war geschockt. Sie versuchten allerdings nach vorne zu spielen. Das gelang aber nicht so richtig. Ein Tor wäre noch möglich gewesen gegen die Defensive von Jukas, die normalerweise sehr stark ist. Aber zwei Tore waren schon schwierig. Touré dann, nachdem Götze zweimal gescheitert war, spielte nochmal auf den Deutschen. Der Ball kommt zu. Fernando der Pfosten dazwischen. Der Ball kann nicht richtig geklärt werden. Dann jetzt der Fehler hier gleich von Cursava. Fernando wird gestört von Ajetay Sippel. Wunderbar! Und nur durch diese Störungsaktion, kein Foul im Übrigen, kann hier das 2 zu 3 verhindert werden. Begovic hat dann den Ball. Und in der Folge dauerte es lange bis zur nächsten Chance. City kam gar nicht mehr nach vorne. Jukas, der verwaltete. Und dann Cabella mit der Flanke in die Mitte. Ibrahimovic und Caballero hält endlich mal den Ball. Wurde auch mal Zeit. Allerdings passierte wirklich sehr, sehr wenig auf der anderen Seite. City kam nicht mehr nach vorne. Und Jukas, die spielten das jetzt locker zu Ende. Der Ball auf Ibrahimovic und der versuchte es natürlich. Wolle, der will das schöne Tor machen. Caballero gerade so. Die Reaktion mit dem Oberarm. Und es blieb dementsprechend erstmal mal 1 zu 3. Es gab aber wirklich nur Chancen. Jukas still Chambers auf Cabella. Cabella legt sich den Ball auf links. Die Flanke auf Geiss eingewechselt. Und Caballero hält den Ball mal wieder fest. Überraschend, überraschend. Das war die letzte Situation in dieser Partie. 1 zu 3. Also zwischen Manchester City und Jukas still United. Die jetzt verdient hier diesen Champions Shield gewonnen hatten. Sie durften ihn in die Luft strecken. Und das nach einem wunderschönen Tor von Marco Reus. Einem klasse Solo von Vissa Menjeda. Und einem Meisterstück von Zlatan Ibrahimovic. Götz also ohne Titel in der neuen Saison. Marco Reus in seinem ersten Spiel. Direkt mit dem Titel für einen Dortmund. Und da war es also schön. Und natürlich für das ganze Team der Magpies war es schön. Die mitgereisten Toons blieben noch lange im Stadion. Und das vollkommen zu Recht. Nach der Meisterschaft. Jetzt der Community Shield Gewinn für Newcastle United. Der erste Titel der Saison also festgemacht. Und es tut mir übrigens sehr leid, dass ihr keinen In-Game-Sound habt in dieser Episode. Ich habe vergessen, den wieder anzustellen. Der war nämlich ausgestellt. Und dementsprechend muss ich das demnächst mal wieder erstmal anmachen vor der nächsten Episode. Ich denke mal, heute kann man das noch verkraften. Wir gewinnen also den ersten Titel. Und wir haben Angebote für Vernon und Anita. Und wir sehen hier, Vissa Menjeda wechselt wohl zu Genua. Aber das Angebot für Anita nehmen wir auf, wenn es 200.000 unter Marktwert ist, natürlich direkt mal an. Es ist übrigens sehr schwer, sich wieder in dieses quasi Sportschau-Style-mäßig reinzuversetzen. Ihr habt es eventuell gemerkt. Es war nicht ganz so souverän. Ich hoffe, diese Souveränität, in Anführungsstrichen, kommt demnächst wieder. Aber das war, denke ich mal, ganz okay. Schreibt es mir in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Beziehungsweise lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Sippel möchte über sein Gehalt sprechen. Das kann ich vollkommen verstehen. Denn, naja, er ist halt unser Jugendspieler, unser Jugendstar quasi. Mit seinem Alter im 78er-Rating. Und verdient nur 30.000. Wenn man das mit anderen Spielern vergleicht, bei uns ist das schon relativ viel. Aber trotzdem noch zu wenig. Deswegen verständlich, dass er eine Aufstockung möchte. Die bekommt er auch. Und 96 akzeptiert das Angebot für Ron-Robert Zieler. 9 Millionen also. Wir bieten ihm, naja, Rotationsspieler. 90.000 gehalten für vier Jahre. Er würde es natürlich nicht annehmen. Denn als Rotationsspieler will er da schon mal gar nicht haben. Der will schon wichtiger Stammspieler mindestens sein. Das machen wir dann aber natürlich auch. Und dann schauen wir mal, ob wir den deutschen Nationaltorhüter hier noch verpflichten können. Wenn Spieler verkauft, das steht natürlich entweder für Wissam Benjeda oder für Vernon Anita. Wir werden es jetzt gleich sehen. Es steht für beide. Es steht für beide. Benjeda ist weg. Benjeda spielt jetzt bei Genua. Tatsächlich. Und wir brauchen einen neuen Stürmer. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie das Ganze laufen soll. Wen ich verpflichten soll. Und Zieler wird, naja, zu uns schoßen. Da bin ich mir relativ sicher. Denn so ein Angebot, auch wenn er ein wichtiger Stammspieler ist und nicht essentieller, aber bei einem Champions-League-Teilnehmer, mit so einem guten Team und so. Ich denke mal, das würde man in den seltensten Fällen ablehnen. Und, naja, Draxler kommt dann ins Zentrale Mittelfeld. Ich wollte was ausprobieren. Und zwar, wie ist man momentan mit Ingolstadt im privaten Karrieremodus spiele. Ein 4-3-3 mit einem Zentraloffensiven Mittelfeldspieler im Mittelfeld. Einem normalen Zentral-Mittelfeldspieler und einem Sechser. Das hat ganz gut funktioniert bei Ingolstadt. Mal sehen, wie es jetzt funktionieren will. Wir werden natürlich jetzt in der Liga das erste Spiel gleich spielen. Und dann auch noch im Tynowar-Derby gegen Sunderland. Das wird dementsprechend sehr, sehr spannend. Mal sehen, wie das Ganze laufen wird, wenn ich hier unseren Kader ankomme mit den ganzen Jugendspielern. Ey, wir müssen unbedingt die Spieler verleihen, beziehungsweise ausmisten irgendwie. Weil so kann das definitiv nicht weitergehen. Mandy kommt dann übrigens jetzt auf die Linksverteidiger-Position für Kursawa. Wird mal ausprobiert. Ich habe ja nochmal geguckt, wer älter ist. Weil sie das gleiche Rating haben. Das heißt, wer mehr Potenzial hat. Und mit dieser Aufstellung gehen wir jetzt ins Spiel gegen Sunderland. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Das erste Spiel der Saison, das Tynowar-Derby zwischen Newcastle United und Sunderland. Der Meister empfängt. Naja, nicht den Meister, sondern den Verein, der in den letzten Jahren ein bisschen in Straucheln geraten ist. Allerdings immer im Tynowar-Derby gute Leistung abgeliefert hatte. Und das wollten sie natürlich auch heute wieder machen. Eventuell eines der spannendsten Derbys in ganz England. Denn beide Mannschaften immer wieder auf Augenhöhe. Auch wenn es natürlich von der Kaderqualität mittlerweile klar für Newcastle United aussah. Wir werden schauen, wie das Ganze heute lief im St. James' Park. Die Fans waren in guter Stimmung. Denn man hatte den Champions-Shield ja gewonnen gegen Manchester City mit 1-3 im Wembley-Stadium. Und heute wollte man sich vor heimischem Publikum, vor dem ausverkauften Publikum natürlich auch gut präsentieren. Pantilimon auf der einen Seite im Tor, auf der anderen Seite Begovic auch dann natürlich ein klarer Qualitätsunterschied. Jetzt gucken wir uns jetzt zunächst einmal die gesamte Startausstellung von Newcastle United an. Begovic, Cemba, Sané, Laporte und Mendy auf der Linksverteidigerposition. Sippel auf der 6, Kabea und Stindl noch im Mittelfeld. Sie spielten heute mit einer Spitze im 4-3-3. Nyang auf den Außen zusammen mit Reus und in der Sturmspitze eben Ibrahimović. Denn Benjeda war verkauft. Benjeda wechselt zu Sampdoria Genua. Und nicht Sampdoria Genua, sondern FC Genua. Das ist natürlich eine Schwächung auf jeden Fall für den Kader von Newcastle. Aber sie können sich neue Spieler leisten und das werden sie nach Ausklagen von MGT auch tun. Partilimon, Jones, Valgini, Zambrano und von einer der Verteidigung bei Sunderland. Und Britkat auf der alleinigen 6, davor dann Ekdal und Teixeira. Auf rechts und links Giaccarini und Mavrias. Und in der Sturmspitze vertrauten sie auf einen Spieler, der eventuell interessant werden könnte für Newcastle. Ein Franzose nämlich. Und nachdem man den Franzosen Benjeda verkauft hatte, war Mandran ins Blickfeld geraten. Mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Wir springen jetzt erstmal, nachdem wir uns hier nochmal anschauen, wie die Spieler auf den Platz kommen, in die erste Szene. Und man muss ganz ehrlich sagen, es war schon durchaus spannend zu sehen, wie sich Mandran gegen Salif Sané und Laporte mache. Und auf der anderen Seite, wie sich Ibrahimović gegen unter anderem Ritkat mache. Den er, naja, als einen der unangenehmsten Gegenspieler in seiner Karriere bisher bei Newcastle beschrieben hatte. Mandran direkt in der ersten Situation mit dem Ball nach vorne in die Spitze. Da ist Teixeira, der Schuss abgewehrt von Begovic. Die erste Chance nach 3 Minuten für Sunderland, die hier mutig nach vorne spielt. Und auf der anderen Seite kam Newcastle überhaupt nicht nach vorne. Das System ging nicht so wirklich auf. Und dann der Fehler hier von, ja, Laporte. Der Ball kommt auf Mandron. Der legt nochmal weiter auf Giaccarini. Direkter Schuss. Begovic mit dem Fehler. Teixeira ist da. 1 zu 0 für Sunderland. Zehnte Spielminute. Es steht 1 zu 0 für den Außenseiter im Time World Derby. Die Fans natürlich aus dem Häuschen, die mitgereisten auf dem Oberrang. Allerdings war das alles andere als wünschenswert für die Toons und für die McPies. Bitter hier, dass Begovic den Ball nur so abwehren kann. Und dann passt Mandy nicht richtig auf. Und der Scherer ist da. Macht sein erstes Saisontor. Und weiter spielte nur Sunderland. Newcastle kam überhaupt nicht innen raus. Die kamen überhaupt nicht nach vorne. Flanke von Arnold Mandron mit dem Kopfball abgewehrt. Und dann hier das Foul von Albion Ektar gegen Chambers. Wurde auch abgefiffen. Gab nur eine Verwarnung in diesem hitzigen Derby. Denn Newcastle wurde sauer. Sie kam auch noch 30 Minuten immer noch nicht innen raus. Und wenn, dann sah das meistens so aus. Der Ball auf Ibrahimovic. Der bekommt den hier irgendwie nochmal durch ein Tackling. Und naja, wartet dann auf seine Mitspieler. Spielt den Ball in die Mitte auf Stindl. Der kommt nicht ran. Und am Ende läuft Reus dann auch gegen seinen Gegenspieler. Dementsprechend kommt auch er nicht an den Ball ran. Und es blieb beim 1-0 für Sunderland. Die hatten kurz vor der Halbzeit noch mal eine Chance über Albion Ektar, der Schwede. Ja, mit seinem Landsmann Ibrahimovic auf der anderen Seite hat er überhaupt keine Probleme. Dann der Scherer und Begovic werden den Ball zur Ecke ab. Es war nicht schön. Es war definitiv nicht schön für Newcastle United hier heute zu spielen im St. Jameses Park. Denn trotz der großartigen Unterstützung der Fans waren die natürlich auch ein bisschen genervt von der Situation, dass sie einfach nicht nach vorne kamen. Die Ecke von Giacchirini wird dann locker gehalten, da von Begovic und von Andron rankommen kann. Es war die letzte Szene der ersten Halbzeit. Und es musste was passieren. Denn so kannte es nicht weitergehen. Newcastle bisher überhaupt nicht nach vorne aktiv. Wir haben die einzige offensive Aktion gesehen. Und auf der anderen Seite gab es viel zu viel Torgefahr. Ausgeschreit von Madron und Co. Und in der zweiten Halbzeit musste sich dementsprechend was ändern. Und es änderte sich auch was. Denn man stellte das System sofort wieder um. Von 4-3-3 auf 4-2-2-2. Das gewohnte mit einer Doppelspitze. Nyang und Ibrahimovic jetzt vorne drin. Und auf der anderen Seite gab es die erste Chance im zweiten Durchgang. Nach knapp 52 Minuten. Giacchirini hier mit dem Ball in die Spitze auf Teixeira. Der legt nochmal ab auf Britkat. Und Britkat versuchte einfach mal am Winkel vorbei. Begovic muss nicht eingreifen. Allerdings kam Newcastle nach vorne. Kabea setzt sich durch über außen. Setzt sich durch gegen Van Arnholdt. Macht das klasse. Hat ganz viel Platz und ganz viel Zeit zu flanken. Zieht aber alleine in die Mitte. Wird nicht richtig angegriffen. Und im Endeffekt kommt er nicht zum Abschluss. So sah das wie gesagt meistens aus. Kein Torschuss bis zur 70. Minute. Dann kam Ibrahimovic gegen Van Arnholdt. Macht das hier klasse. Vielleicht jetzt der erste Torschuss nach diesem Konternacht in der Ecke. Da ist Nyang der schwächste Kopfball, der möglich gewesen wäre. Und mit dem ersten Torschuss war er so gesehen der Dosenöffner jetzt für Newcastle United. Denn plötzlich wurden sie stärker. Der Ball kommt auf außen auf Marco Reus. Der setzt sich da klasse durch. Der Ball in die Mitte gezogen. Der Schuss abgewehrt. Und da ist Nyang 1 zu 1. 77 Minuten rum. Und diesmal ist Nyangs Kopfball gefährlich genug, um hier den Ausgleich zu erzielen. Nach wie gesagt knapp 77 Minuten. Nach 72 hat er erst den ersten Schuss, den ersten Kopfball, den ersten minimalen Kontakt aufs Tor von Van Tilimon gegeben. Und hier mit dem zweiten direkt das 1 zu 1. Das ging weiter über Reus mit dem Bein nach außen auf Mandy. Jetzt hatten sie Blut geleckt. Sie wollten mehr. 83. Minute setzt sich einmal durch gegen Jones. Wartet zu lange mit der Flanke. Jones klärt zur Ecke. Es war das, ja, aggressive Spiel von Zanderland mit dem Newcastle. Probleme hat die Ecke schnell ausgeführt von Marco Reus. Da ist Leonard. Hey, Zippel 1 zu 2 aus Sicht von Zanderland. Die hatten das Spiel komplett im Griff. Und plötzlich gaben sie es aus ein Linder von 6 Minuten. Das 2 zu 1 durch den jungen deutschen Sechser. Wunderbare Ecke von Reus. Der Kopfball perfekt. Pantilimon kriegt die Arme nicht rechtzeitig hoch. Und es steht 2 zu 1. Und damit endete das Spiel. Das war die letzte Aktion. Zanderland kam danach nicht mehr nach vorne in Newcastle. Mauerte sich hinten rein. Und damit im ersten Spiel der Saison, im ersten Derby der Saison, der Sieg für Newcastle United gegen Zanderland. Bitter für die Black Cats. Aber so kann es gegen einen Top-Tien wie Newcastle halt laufen. Puh, ein knapper Sieg. Also aber, ja, auch ein unverdienter Sieg. Da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Trotzdem ist es halt ein Sieg. Und wir stehen nach dem ersten Spieltag auf dem 4. Tabellenplatz. Weil wir halt gegen unseren Rivalen gewonnen haben. Was auch wunderbar so ist. Bayern möchte gerne Chambers haben. Wir können 48 Millionen fordern. Ich fordere direkt bei 68. Weil den möchte ich definitiv nicht gehen lassen. So gut wie der bisher ist. Und so gut wie der sich noch entwickeln kann. Ist der auf jeden Fall einiges wert. Und in der nächsten Episode geht es dann übrigens gegen West Ham. Wir akzeptieren ja erstmal Ron-Robert Thieler. Der deutsche Nationaltorwart. Zumindest in der Realität. Kommt also zu uns. Und wird der Ersatzkeeper für Karl Darlow. Werden er jetzt von mir aus auch den Verein verlassen kann. Weiter brauchen tue ich ihn nicht mehr. Von der Bank runterrutschen wird Ayose Perez. Wird er runterrutschen? Er wird runterrutschen. Und in der nächsten Episode geht es dann, wie gesagt, gegen West Ham. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Und ciao.